Also am meisten Spaß macht mir im Endeffekt der Umgang mit den vielen unterschiedlichen Leuten, die vielen wechselnden Tätigkeiten im Endeffekt, die ich pro Tag habe. Der Umgang mit den ganzen Menschen, das Zusammensein, das ist wirklich das, was mir am meisten Spaß macht, dass ich unterschiedliche Probleme habe, die ich jeden Tag lösen muss. Angefangen habe ich bei WAGO als Maschinenbediener und habe mich dann irgendwann hochgearbeitet zum Einrichter, bin dann irgendwann Vorarbeiter geworden, von da aus dann zum Schichtmeister und bin von da aus dann 2006 in die Abteilung Leitung gewechselt. Am meisten zu schätzen weiß ich bei WAGO eigentlich wirklich der Zusammenhalt und das Zusammenarbeiten mit den vielen unterschiedlichen Abteilungen, was super klappt bei WAGO, weil wirklich alle zusammen im Endeffekt ein Thema haben, an dem sie arbeiten und ein Ziel haben und das macht mir am meisten Spaß, weil wirklich jeder da füreinander da ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.